Lektion 6 im Kaufhaus Wohin sollen wir gehen? Am besten gehen wir in ein großes Kaufhaus im Stadtzentrum. Da kann man günstig einkaufen. Gehen wir zuerst in den ersten Stock, in die Abteilung für Damenbekleidung. Da finden wir sicher ein hübsches Kleid und einen neuen Mantel für Sie. Das ist eine gute Idee. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gerne. Ich suche ein rotes Sommerkleid. Welche Größe haben Sie? Größe 36. In Größe 36 haben wir eine große Auswahl. Bitte kommen Sie. Dieses Kleid ist sehr hübsch. Kann ich es anprobieren? Natürlich. Die Umkleidekabine da drüben ist frei. Dieses Kleid passt sehr gut. Es ist nicht zu lang und nicht zu eng. Die Farbe ist wunderschön. Ich glaube, ich nehme es. Gerne. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja. Ich suche noch einen hellen, schicken Sommermantel. Wo finde ich Sommermäntel? Gleich da drüben. Kommen Sie bitte. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja. Ich brauche noch ein paar schwarze Schuhe. Gehen Sie in den dritten Stock. Da ist die Schuhabteilung. Sie können dann alles im vierten Stock bezahlen. Da ist die Sammelkasse. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bezahlen Sie in bar oder mit EC-Karte? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Selbstverständlich. Ich brauche noch etwas.